Was kann das bedeuten? Hörst du in der Luft ihr Lied? Was kann das bedeuten, was hier wohl geschieht? Große und Kleine, mal ganz voll, mal ganz hell, Schwere und Feine, langsam und schnell, Wambem, 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 Wambem. Wenn die Glocken läuten, hörst du in der Luft ihr Lied? Was kann das bedeuten, was hier wohl geschieht? Wenn die Trockens leuten, lasst dann so ein Locker bit, Was kann das bedeuten, lass' dann so ein Locker bit? Und die Trockens leuten, lasst dann so ein Locker bit, Was kann das bedeuten, dass dann so ein Locker bit? Bei uns zum Begleiten, was mit dem Nass GET hangt, bei uns beim Kleiten, was vom Scarecum gescheint. Bei uns zum Begleiten, provides und bere apost du. Bei uns beim Kleitern, was dem Nass GET hangt. Bei uns zum Begleiten, rozumem den Nass getrag'NESS. Untertitelung des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020